Wunderschönen guten Morgen. Der Wecker klingelt früh in diesen Tagen. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Clean-Up. Diesmal nicht am Strand, sondern unter Wasser. Deswegen haben wir unsere Schnauchen mitgebracht. Und weil wir krasse Punks sind, fahren wir nicht mit diesen Luxusjachten rum, sondern mit diesem grünen Paddelboot. Aber das ist ja auch irgendwie schön. Das ist ja auch super. Wie geht's denn? Das ist ein Geil. Er macht Spaß. Kannst du mich zum Beispiel zusammenstellen? Das ist ja auch schön. Das war's für heute. Wie geht's denn hier? Huht, ich habe dir das mitgebracht. Dann ist ja auch schön. Bis zum nächsten Mal. Wir waren jetzt ein paar Minuten im Wasser. Es schwimmt auch überall scheiße rum. Wir konnten jetzt ein bisschen was aufsammeln. Es fühlt sich eigentlich gut an, wenn man ein bisschen was rausholt. Ja, muss man dranbleiben.